Das Liebesorakel zeigt heute die Königin der Kelche. Heute bist du in der Energie der Kelchkönigin. Sie ist die Königin der Gefühle und Emotionen. Sie wird häufig als romantisch, wohlwollend und verständnisvoll geschrieben. Ein Herzensmensch kann sich glücklich schätzen, sie als Partnerin zu haben. Nutze diese Energie, um deinen Herzensmenschen das Gefühl zu geben, geliebt zu werden.